Mein Name ist Anna, ich leite im Writer Studio den Memoir Intro Workshop und den Memoir Buchprojekt, den wir gemeinsam mit Judith entwickelt haben. Ja, hallo, ich bin Judith Wolfsberger und habe mit der Anna sozusagen das Seminar entwickelt und auch eine fortführende Gruppe und habe auch selber ein Memoir vor kurzem publiziert und wir erzählen jetzt ein bisschen was über dieses Genre und das Seminar. Ja, der Workshop Memoir hat sich für mich so organisch aus dem Short Story Workshop entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ganz ganz viele, die auf autobiografischen Erlebnissen basierte Texte geschrieben haben, also dass das die starksten Texte waren und dass ganz viele, die in unsere Seminare kommen, dieses Bedürfnis haben, also zuerst das Erlebte zu verarbeiten, bevor man überhaupt fiktiv schreiben kann oder will. Und gleichzeitig habe ich die Entdeckung gemacht, dass die spannendsten Bücher für mich, also die, die mich immer schon sehr bewegt haben, eigentlich Memoirs waren. Ich habe es nur nicht gewusst, weil bei uns im deutschsprachigen Raum diese Bücher in den Buchhandlungen bei den Romanen zu finden sind. Also Memoir als Wort, als Begriff ist bei uns erst im Kommen. Aber es tut sich was, also auf den Buchmessen in Frankfurt und in Leipzig wird jetzt langsam diskutiert darüber als ein Genre, das im Trend ist. Und langsam landen jetzt auch bei uns die Memoirs auf den Bestsellerlisten. Also ich sage im Seminar immer, Memoirs sind in den USA schon lange das meistverkaufteste Genre. Memoir ist für mich der bereicherndste Workshop von allen Workshops, die ich halte. Also für die Schreibenden, aber auch für die Lesenden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Workshop wundern sich immer, wie schnell wir da in die Tiefe kommen, also wie schnell wir zu den Momenten im Leben der Einzelnen kommen, wo es um Erkenntnisse ging, also wo es große Erkenntnisse gab, wo es eine große Veränderung gab oder wo eine Transformation passiert ist. Und das sind die spannendsten Sachen zum Schreiben. Also wir haben uns überlegt, wir zeigen ein paar Beispiele, was ein Memoir ist, weil dieses Wort bei uns so neu ist und diese Bücher, die es ja schon lange gibt in verschiedenen Sprachen bei uns zumeist als Romane verkauft werden. Wichtig möchte ich, ich möchte auch noch betonen, dass ein Memoir keine Autobiografie ist. Also es ist weder ein Buch, das irgendwie von der Geburt bis zur Gegenwart alles erzählt, noch muss jemand berühmt sein. Sondern es sind Bücher von relativ normalen Menschen, die über einen Aspekt ihres Lebens oder eine Geschichte ihres Lebens, einen Ausschnitt ihres Lebens erzählen. Ich möchte ein Beispiel zeigen, das vielleicht manche als Jugendliche gelesen haben. Das ist schon in den 70er Jahren erschienen. Als Hitler das rosa Kaninchenstahl von Judith Kerr. Das war eigentlich eines meiner Lieblingsbücher als so ungefähr 10-Jährige. Und es ist eine Geschichte von einem Mädchen, das aus Berlin mit ihrer Familie flüchtet vor den Nazis nach London. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert, auch die Folgebände. Und ich bin eigentlich erst jetzt drauf gekommen, dass es ein Memoir ist, dass das die autobiografische Geschichte der Judith Kerr ist, die nach wie vor in London lebt und Kinderbücher illustriert und eben als Jugendroman mir verkauft wurde, was ich sehr schade finde, dass mir das nicht gesagt wurde, dass das eine wahre Geschichte ist. Das hätte einen Unterschied gemacht, oder? Wenn du es gewusst hättest als Kind oder als Jugendliche? Ja, ich finde vor allem auch für die Judith Kerr ist es irgendwie so zu tun, dass das so verborgen wird. Das sind wahre Geschichten und diese Menschen leben auch heute. Das macht es noch einmal eindringlicher. Ich habe ein anderes Beispiel da. Ich weiß nicht, also wir haben das in der Schule gelesen. Ein großartiges Buch und ich bin 20 Jahre später drauf gekommen, dass es ein Memoir ist. Und ich bin mir sicher, dass von dem auch die Stärke des Buches, des Textes der Herr Röhrt. Gut, ein aktuelleres Buch, das auch verfilmt wurde jetzt, ist dieses Wild von Gerald Strayed. Als Beispiel sozusagen, also hier geht es um eine Flucht, hier geht es um eine Liebesgeschichte in der Jugend und hier geht es um eine Wanderung von, ich glaube, 1000 Meilen an der Westküste der USA, wo die Gerald Strayed eben diese drei Monate Zeit braucht, um über den Tod ihrer Mutter nachzudenken und über ihr Leben nachzudenken und zu überlegen, wie kann sie ihr Leben transformieren, sozusagen alles hinter sich zu lassen, was nicht so gut gelaufen ist. Und diese Wanderung ist sozusagen die Rahmenhandlung. Also so richtig schöner Rahmen von circa drei Monaten, in denen ganz viel vom restlichen Leben bestimmte Aspekte reinfließen. Okay, ich würde gerne noch ein Buch vorstellen, weil das vielleicht die Leute beruhigt, die zu uns kommen und sagen, ich habe jetzt aber keinen Krieg und keinen großen Verlust erlebt und habe jetzt auch keine große Krankheit gehabt, kann ich trotzdem ein Memoir schreiben. Also Memoirs müssen nicht nur über große Dramen handeln. Man kann auch über Positives also irgendein Lebensabschnitt, wo sich das Leben verändert hat. Also Memoirs sind dafür da, dass sie Mut machen oder sagen wir immer. Also ich glaube, wieso wir Memoirs lesen, ist, weil es so spannend ist, wie hast du was gemacht? Wie hast du es geschafft? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Und das kann durchaus auch positiv sein. Also Operating Instruction von Annie Lemont. Ich glaube, das ist ein Jahr im Leben von ihr als junge Mutter mit einem Sohn, alleinerziehend. Als schreibende Mutter. Als schreibende Mutter. Und ich habe das gelesen, wie mein Sohn ein Baby war und das war ungefähr das inspirierendste Buch, das ich gelesen habe als junge Mutter. Weil es so ehrlich ist. Ja und weil sie auch darüber schreibt, wie sie das geschafft hat, mit einem Baby weiter zu schreiben. Dass sie sich für jeden Tag, obwohl sie gar kein Geld hat, eine Stunde eine Nanny organisiert hat, eine Nachbarin oder jemand, damit sie schreiben konnte, eine Stunde, um in ihrem Fall auch weiter davon zu leben, weil sie ja auch vom Schreiben gelebt hat. Also das ist das auch, was an Memoirs toll ist, dass wir was mitnehmen und dass es eben auch um diese Transformation geht, die man auch ein Stück weit mitgehen kann als Leserin. Und diese Transformation, vielleicht ist das jetzt ein guter Übergang zum Schreiben eines Memoirs, passiert auch, das habe ich erlebt dann beim Schreiben meines Buches, aber auch bei ganz vielen Teilnehmerinnen in unseren Seminaren, die basiert ja auch beim Schreiben. Das heißt, es ist so ein Prozess von mal sich erinnern, mal dem einen Rahmen geben, eine Form geben, eine Geschichte daraus machen, weil natürlich hat dieses literarische Schreiben über ein autobiografisches Thema einen sozusagen fiktiven Aspekt, weil ich mache jetzt eine Form, eine Geschichte daraus, die eine komplette Form hat. Und das alleine ist schon transformierend, es niederzuschreiben und ihm eine Form zu geben, aber auch diese Auseinandersetzung mit mir, mit den verschiedenen Aspekten daran oder verschiedenen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten und was ich geleistet habe, um irgendwie daraus rauszukommen. Das ist auch das Klassische an dieser Memoir-Form, dass es nicht sozusagen von der Depression in die tiefere Depression, in den Absturz geht und hier ist das Buch aus und dann umgekehrt. Sondern, dass wir am Ende zumindest irgendeine Erkenntnis haben, wie man etwas im Leben übersteht. Vielleicht möchte ich dazu sagen, dass das Schreiben von einem Memoir einfach dauert. Also das wird nicht in einem halben Jahr fertig, es wird meistens auch nicht in zwei Jahren fertig. Und deswegen hat es auch diese, also es gibt Zeit, dass diese Transformation stattfindet, also die das Schreiben auslöst. In ganz dem ersten Workshop haben ganz viele Teilnehmer die Sorge, und was ist, wenn das meine Mutter liest und was ist, wenn das mein Ex-Freund liest. Und ich sage immer, schreibe es einfach für dich, bis dieses Buch fertig ist und auf dem Markt ist. Es hat sich so viel getan und das können sich die meisten nicht vorstellen. Also es hat sich nicht nur etwas in deinem Leben getan und bei diesem Text getan. Sondern es ist irgendwie magisch, es ist so, als ob dieses Schreiben auch die Beziehungen transformiert. Genau. Zum Thema Zeit möchte ich etwas sagen. Ich stelle ja in meinem Buch nicht nur meine Reisen auf Virginia Woolf Spuren und auch diese Frage, wie können Frauen schreiben in dem Mittelpunkt, sondern auch letztlich meinen eigenen Schreibprozess des Buches. Und da kann man auch mitfolgen, dass das ungefähr zehn Jahre gedauert hat, dieses Buch zu schreiben. Ich möchte damit niemanden motivieren, weil das war unglaublich spannend und ich habe dazwischen viel anderes geschrieben. Ich habe letztlich begonnen in dem Short Story Seminar bei der Anna und in dem Travel Writing Seminar, die ich mehrmals besucht habe, weil ich da begonnen habe, über diese Virginia Woolf Reisen zu schreiben und diese Essays rauszupassen. Das Buch beginnt ja mit wunderschönen Reiseberichten. Genau. Das ist sozusagen der Beginn. Und dann wurde mir klar, da ist so viel mehr drin, als nur ein Artikel für ein Magazin. Und dann habe ich Memoir Workshops mehrere in Amerika besucht und Personal Essay Workshops und den Überarbeitenden Workshops bei der Anna. Und viele Schreibtreffs und Schreibtims. Also ich war eigentlich fast nie allein beim Schreiben dieses Buches. Und darum geht es ja auch in diesem Schafft euch Schreibräume. Dieses Schaffen von gemeinsamen Schreibräumen, wo gutes, freundliches Feedback stattfindet und wo auch dieser Austausch von diesen autobiografischen Texten ja auch so etwas Magisches ist. Dieses Teilen von Texten, das ist jetzt keine Selbsthilfegruppe, aber wir wissen, wir hören uns zu. Und wir wissen Bescheid und man merkt dann auch sehr schnell, dass wir alle doch irgendwie auch Geschichten haben, die ein bisschen ähnlich sind oder einander berühren. Und das ist auch, ich glaube, das wichtige Moment vom Memoir, dass es berührt. Es berührt und das ist erst in den Gruppen, dass viele merken, ich habe Themen, die interessieren und die nicht selbstverständlich sind. Und vor allem kommen Leute darauf, ich habe nicht ein Thema, ich habe Themen für fünf verschiedene Memoirs. Also das kann ich fast jedem garantieren. Also die Leute, die in den Workshop kommen und einfach zweifeln, mein Leben ist nicht interessant. Und da mit den fünf Themen ist eher die Schwierigkeit zu fokussieren, weil ein Memoir ist eine Geschichte und es gibt auch so nette Bücher, wie zum Beispiel von der Amelie Notom, die so 100 Seiten haben. Jetzt habe ich gerade wieder gelesen, wo sie eine Reise, die sie vor kurzem nach Japan gemacht hat und wie sie wieder ihren ehemaligen Verlobten getroffen hat und ihre Nanny getroffen hat. Und das ist eine fantastische Geschichte in 100 Zeiten, sehr fokussiert, sehr berührend, sehr weise. Aber auch das schafft Feedback. Genau. Einfach zu sagen, wo ist das bei dir interessant, wo ist bei dir der rote Faden. Ich habe das Gefühl bei dir gedreht, dass ich immer um dieses Thema und das ist das Spannendste. Also das sieht man selbst nicht im eigenen Leben. Ja, und nach den Workshops, die Anna jetzt hält, gibt es dann auch noch so fortlaufende Gruppen, Feedback-Gruppen, wo man langfristig weiterarbeiten kann, sich einmal im Monat treffen und Texte sich gegenseitig vorlesen. Genau. Und das sind einfach auch so tolle Meetings, Schreibräume, die wir hier schaffen. Also, ein Memoir für alle, die um Schreiben interessieren, unter anderem.